Servus, das hier wäre die neue Razer Orochi V2. Das auch, aber auch das hier. Ja, und selbst hierbei handelt es sich immer noch um exakt das gleiche Modell, genau genommen sogar um exakt die gleiche Maus. Denn das Einzige, was ich hier jeweils getauscht habe, sind die, ich nenne es dann mal Custom Faceplates der Razer Customs Version der Orochi V2, die 99,99 Euro kostet. Hat ich 48 verschiedene Designs zur Auswahl, von eben knallig bis eher dezenter. Habt ihr allerdings nahezu unendlich viele aufgrund der über 100 verschiedenen Motive und noch Farben. Ich selber habe den Konfigurator nicht gesehen, aber ich denke mal, da sollte für jeden das Passende dabei sein. Wer das allerdings nicht braucht, der kann auch einfach mit 79,99 eben zur Standardversion in Schwarz wie auch in Weiß greifen. Da aber eben gerade die Personalisierbarkeit hier das Besondere ist, müsst ihr einfach für euch entscheiden, ob euch das 20 Euro mehr wert ist und eben ob euch so eine Maus überhaupt 80 bzw. 100 Euro wert ist. Was ich damit meine, sage ich euch gleich, denn die Maus ist eigentlich nicht für den Standardeinsatz zu Hause gedacht, wobei es natürlich dafür nutzbar ist, aber aufgrund eben drei verschiedener Sachen ist sie eben eh optimiert und deswegen wird sie auch beworben als eben Perfect Travel Companion. Ist sie einerseits im Vergleich zu so einer Razer Viper Ultimate natürlich kleiner, wobei das jetzt glaube ich in der Tasche nicht so viel ausmacht, aber eben auch flexibler bei der Nutzung an mehreren Geräten. Habt ihr nämlich neben Funk auch Bluetooth, aber ihr seid auch nicht in Sachen Akku irgendwie beschränkte, denn hier habt ihr erst gar keinen, das Ganze wird nicht per USB geladen usw. Da könnt ihr einfach direkt die Batterien austauschen und hier sogar zwei verschiedene Sorten nutzen, neben Double A's eben auch Triple A's. Solltet ihr allerdings laut Bedienungsanleitung nicht beides gleichzeitig nutzen, weil das halt zu Structural Damage führen könnte, was auch immer das genau heißen soll, habt ihr dann hier noch die Möglichkeit, den Dongle zu verstauen. Möchte ich noch kurz was zu dem Personalisierungsprinzip etwas sagen, wo ich sagen muss, es ist banal, wie aber auch gelungen. Verstehe ich auch nicht, wieso das andere nicht nutzen, denn ihr steckt es einfach nur auf, die Magnete halten es so sicher und ihr merkt hier nichts, wenn ihr wackelt, da knatscht nicht, das fühlt sich solide an, wüsste ich nicht, dass es abnehmbar ist, würde ich es nicht mal merken. Was ich allerdings gemerkt habe ist, dass obwohl die Faceplates selber symmetrisch sind, es die Maus nicht ganz ist, denn es nutzt ein False Ambidexus Design. Das heißt, die obere Seite ist zwar symmetrisch, aber an der Seite habt ihr eben dadurch, dass ihr auch zwei Tasten habt, hier eine Ausbucht und hier nicht. Deswegen ist es eher für Rechtshänder nutzbar, als für Linkshänder, wie für mich war das ein bisschen blöder. Aber kurz zur Verarbeitung, neben eben schon, wie schon gesagt, dem soliden, die Tasten alle gut vom Druckpunkt, da gibt es keinerlei Probleme. Auch die Seitentasten hier auch oben. Das Drehrad finde ich sehr, sehr schön vom haptischen Feedback, also die Rasterung fühlt sich sehr, sehr gut an. Ist es mir allerdings fast ein bisschen zu locker, hätte ich da gerne mehr Widerstand, denn ab und zu ist es mir passiert, dass wenn ich draufdrücke, es verschoben habe. Aber das ist genauso okay, wie immer allerdings auch die Standardoberfläche, denn die sieht aus wie bei jeder Razer. Sonst habt ihr bei den Custom Faceplates allerdings eher eine glatte Beschichtung, die sich als Ganzes für mich komischerweise allerdings nebengriffiger auch noch wertiger anfühlt. Ansonsten seht ihr unten noch neben den zwei Modi zum Wechseln und auch Ausschalten natürlich noch den 18K-Sensor, die Füße und ja, was gibt es sonst noch zu erwähnen? Innen habe ich es ja schon gezeigt. Was ich noch kurz erwähnen könnte, ist folgendes. Ihr habt ja die Möglichkeit natürlich die Tasten umzubelegen in der Razer Synapse Software. Ihr habt ja allerdings auch eben einen Onboard-Speicher, um deswegen einmal drauf abzulegen und dann könnt ihr das von Gerät zu Gerät mitschleppen, müsst ihr euch da nicht um die Konfigurierung irgendwie Sorgen machen. Noch kurz ein Wort zur Ergonomie. Ich habe es noch mit einer anderen Razer verglichen, das wäre die Viper Mini und die sind jetzt nicht unbedingt für die gleichen Käuferschichten gedacht, denn mir ist aufgefallen, dass die Razer Orochi im Prinzip höher wirkt als die Razer Viper Ultimate, obwohl sie nahezu gleich hoch sind. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass diese Wölbung hier ein bisschen früher anfängt und dadurch auch die Razer Viper, wie aber auch die Mini, für mich geeigneter sind für den eben Palm Grip. Und deswegen würde ich die eher Leuten empfehlen, die jetzt zum Beispiel Fingertipp oder vielleicht auch Claw nutzen, denn dadurch wirkt die Maus eben auch passender für sogar größere Hände. Habe ich zum Beispiel gerade bei der Razer Viper Mini gemerkt, dass ich da, weil sie so flach ist, gerne mal übergreife und die wirkte mir zu klein. Die ist zwar für alle drei Griffarten eigentlich geeignet, aber die eben besser für die zwei, die ich genannt habe, wirkt die, obwohl sie kleiner ist, nicht zu klein. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wie allerdings auch eben den Sensor, denn ein direkter Wechsel von dem 8.5K-Sensor der Razer Viper Mini zu der Orochi war absolut spürbar, denn auch wenn ihr hier jetzt kein Kabel habt und theoretisch mal Wireless-Lag hättet, fühlt sich die ganze Maus nochmal reaktionsschneller, einfach präziser, einfach besser. Und es ist jetzt schwer für mich in Worte zu fassen, da ich kein Gamer bin, ich nicht genau weiß, was ich da erwähnen soll, aber ich habe direkt einfach gemerkt, es fühlt sich leicht klingt, einfach besser an, habe aber dann wiederum im Vergleich zu dem 20K-Sensor der Viper Ultimate jetzt weniger einen Unterschied gemerkt. Allerdings, wo ich noch was erwähnen müsste, das wäre in Sachen eben Akkulaufzeit, denn angegeben ab Werk mit 950 Stunden bei Bluetooth, allerdings habt ihr mit Funk zwar nur 425, dadurch, dass ihr allerdings zwei verschiedene Akkusorten oder Batteriesorten nutzen könnt und das jederzeit auswischen könnt, ist die Akkulaufzeit meiner Meinung nach gar kein Problem. Und deswegen würde ich im Prinzip eigentlich schon zum Fazit kommen. An sich, für was die Maus ist, kann ich sie problemlos empfehlen, denn sie wirkt wertig, die Tasten sind gut, der Sensor ist gut, die Akkulaufzeit ist kein Problem. Natürlich habt ihr eben das Praktische mit der eben auch wirklich easy funktionierenden Personalisierbarkeit und so weiter und so fort. Software ist ja kein Thema, speichert es zur Not einmal ab. Wenn ihr ein Problem habt mit Synapse, habe ich nur ein bisschen halt das Problem, dass ich nicht die richtige Käuferschaft bin und deswegen auch 100 Euro ein bisschen viel finde. Auch im Prinzip 80 Euro für eine Maus, die eher ja für den Unterwegs-Einsatz gedacht ist, als jetzt für zu Hause, wobei natürlich nutzbar. Denkt ihr euch jetzt allerdings vielleicht, ja, ich habe sowieso alles eben schon personalisiert zu Hause, RGB-Beleuchtung, Wasserkühlung und so weiter und so fort und das war eben das letzte bisschen, was mir gefehlt hat. Dann nutzt, was ihr halt hier nicht habt, ist eine RGB-Beleuchtung, wegen der Akkulaufzeit und so weiter zum Sparen, aber wenn das genau das fehlende Stück ist und ihr sagt, das Geld ist es mir wert, probiert es. An sich, abgesehen von dieser Personalisierbarkeit selbst, glaube ich, ist das Geld ein bisschen zu viel für das, was die Maus an Maus macht, wobei ich mich auch nicht beschweren kann. Also rein die Komponenten, die in der Reihen, Tasten, Verarbeitung und so weiter und so fort, passen schon, aber Leuten, die da eher was zu Hause auf Dauer nutzen wollen, würde ich eher eine Razer Viper Ultimate empfehlen. Oder wenn ihr sagt, ich habe kein Problem mit dem Kabel, habe auch kleine Hände und so weiter, dann ist die Viper Mini vielleicht eine Überlegung wert oder ähnliches. Aber das ist euch überlassen. Lasst ihr mich am besten jetzt in den Kommentaren wissen, wie ihr das mit der Personalisierbarkeit seht, ob ihr das eine coole Sache findet, wo ihr eigentlich schon längst drauf gewartet habt, oder ob das einfach überteuertes Gimmick ist, das eigentlich keiner braucht. I don't know. Was ich allerdings wüsste, dass ihr mir gerne ein Like und vielleicht ein Abo dalassen könntet. Und ansonsten sage ich ehrlich, bis zum nächsten Mal. Ciao.